...unerfahren im Pferd auf dem achten Platz, das war auch ein, wenn das jetzt auch achter Platz war, aber für das Pferd, für unser Fahrer, das ist ein sehr schöner Erfolg, sodass ich jetzt hoffe, in Stuttgart mit dem Weltcup weiterzumachen, um da noch ein paar mehr Punkte zu bekommen, mit dem Ziel natürlich, sich für das Weltcup-Finale eine gewöte Gruppe zu qualifizieren. Ja, danke. Er ist ja nicht das erste Mal in Stuttgart. Er ist schon häufig in Stuttgart gewesen, mit seinem früheren Arbeitgeber, vielleicht auch einen Satz dazu, seit einiger Zeit selbstständig. Wie hat sich das entwickelt? Besser als gedacht. Es ist jetzt fast anderthalb Jahre her, dass ich den Staat von Rutger verlassen habe. Damals wusste ich selber, in welche Richtung das geht. Ich war für alles offen, hatte die Entscheidung dann immer mal getroffen für mich, den Schritt in Selbstständigkeit zu wagen. Aber da sind wir doch zusammen mit einem sehr guten Hintergrund. Und die meisten wissen, wir sind mit Equalita-Avillen hier und die eine bestehende Anlage zu Hause hat. Also da musste ich mich großartig verhängen. Ich kannte die Bedingungen und die Voraussetzungen. Es war nur die Frage, in welche Richtung es sich weiterentwickelt, was den Beritt anbelangt, was die Pferde anbelangt, inwieweit die Pferdebesitzer auch mitziehen, oder vielleicht sogar neue Leute dazukommen. Und das ist alles super positiv gelaufen, sodass ich nahtlos eigentlich an einer Zeit in Riesenbeck anküpfen konnte. Und ja, da hat es natürlich super viel Spaß gemacht, die letzten anderthalb Jahre. Ja, ich möchte noch mal auf die Teilnahme in Stuttgart zurückkommen. In den vergangenen Jahren immer für den Stall durch die Wehrbäume, wir reden mit sehr guten Pferden, heute in der Selbstständigkeit. Aber ich denke, Stuttgart ist gegenüber vielen anderen Turnieren immer wieder etwas Besonderes, wobei die Turniermannschaft sich ja ganz hervorragend zeigt, zeigt momentan in der gesamten Welt, die Turniere werden besser und wir dürfen uns doch ein bisschen was auf die Fahne schreiben. Herr Schütze, sind Sie mit schuldig, oder Sie tun. Sie haben ja Stuttgart mitgegründet und wir waren damals sehr, sehr innovativ, haben gesagt, das muss etwas Besseres sein. Wir sind stolz, dass wir den Startschuss für viele, viele andere Turniere gegeben haben, die heute vielleicht sogar manchmal in manchen Phasen besser sind. Aber das hat die Turniermannschaft gedeckt. Ist das so, auch bei den Reifen drin gekommen? Ja, absolut. Stuttgart zählt zu den Klassikern im Weltkampfkalender. Und jeder Reiter kommt gerne nach Stuttgart. Das Programm ist über die Jahre hinaus mehr oder weniger selber weiß ungefähr, was für die Pferde man gebraucht. Die Bedingungen sind auch durch die, ja jetzt schon ein paar Jahre, durch die Forscherrede natürlich noch mal ein vieles besser geworden. Die Halle selber sucht ein Maß, was es eigentlich im Verlauf der eine Saison kaum gibt. Die Größe dieser Halle sucht seinesgleichen. Aber von daher per Preisgeld ist das natürlich ein bisschen schwierig geworden in den letzten Jahren, weil die anderen Veranstaltungen da unheimlich aufgeholt haben, beziehungsweise auch überholt teilweise. Da bedarf es vielleicht noch mal die eine oder andere Steigerung, um auch wirklich alle Top-Weiter hierher zu bekommen. Aber es ist halt nicht einfach, weil es halt eine große Anzahl an guten Turnieren gibt. Und da muss jeder Reiter für sich halt so ein bisschen entscheiden, welche Veranstaltungen er sich aussucht. Aber nach wie vor kommen alle Reiter der Welt gerne nach Stuttgart. Danke sehr. Dann kommen wir zu meinem Nachbarn, zu Michael Baugle. Ich hatte vorhin erwähnt, im Spaß natürlich seine erste Pressekonferenz in Stuttgart. Heute hat sich das alles entwickelt. Er hat viele Pressekonferenzen mittlerweile hinter sich, auch Chaminats-Pressekonferenzen. Aber vielleicht zurück zu Aachen und dann auch zum Deutschen Meistertitel. Wie ist denn diese Situation für dich gewesen? Wir sind sehr stolz, dass wir die hier haben können, dass wir drei deutsche Fahrer in Stuttgart haben, plus den Weltmeister, plus Eisbarn Schardau, also die Top-Fahrer der Welt. Und dann natürlich unsere Deutschen und mit den Deutschen unser Europameister und Deutscher Meister. Ja, jetzt fangen wir erstmal bei Aachen an. Aachen ist, wie soll ich anfangen? Erstmal, die Vorbereitung für Aachen war nicht ganz so positiv für mich. Ich hatte vor Aachen ein verletztes Werk, das ich dann durch ein Jüngeres austauschen musste und ich wusste nicht genau, wie das alles vonstatten geht. Dann haben wir nochmal ein kleines Trainingslager vorher gemacht, mit Bundestrainer und den anderen Fahrern. Und ja, das war halt alles so ein bisschen schwierig, weil ich doch für die Mannschaft in den Berufen war. Und dann musste ich ein sechszjähriges Pferd, was ja sechszjährig international gehen darf, einsetzen. Das hat sich schon einmal gewiesen auf einem großen Turnier. Aber das war dann nicht so wichtig, das große Turnier. Und Aachen ist natürlich die Europameisterschaft gewesen. Deshalb war das für uns alles so ein bisschen, ja, mit Bauchloh versehen. Ja, trotzdem, Aufwand, trotz der Vorbereitung ist es eigentlich relativ gut gelungen. Es fing schon relativ ordentlich an mit der Dressur. Die Bewertung war zwar aus der Fahrersicht oder der Bundeskremssicht nicht ganz so, wie die Leistung war. Da haben die Richter sich so ein bisschen uneinig gezeigt. War zwar trotzdem relativ positiv für mich. Ich war in der Dressur bester Deutscher. Und dann ging es weiter mit dem Kegelfahren. Da hat jeder von uns einen Ball gehabt. Das liegt drin. Ich habe schon ein bisschen frech einen Kegel angefahren, oder einen Kegelpaar angefahren. Da war ich in der selben Schuld und mich selber einräumen. Und dann ging es den Marathon weiter. Ich habe dann ein bisschen älteres, routiniereres Pferd mitgenommen, da ich ein Junges in der Dressur hatte. Dann musste ich halt ein bisschen mehr auf Sicherheit gehen im Marathon. Und wie es gezeigt hat, habe ich da relativ ordentlich kalkuliert. Und ich bin halt durchgefahren, wie immer. Relativ zügig, relativ rundenflüssig. Und die Pferde sind von Hindernis zu Hindernis besser geworden. Selber haben sich gegenseitig mehr angesporrt. Das war schon ein Top-Gefühl auf dem Kunstsport, so zu sitzen. Dann nochmal zurück hier zu Stuttgart. Ich sage erst einmal Dankeschön, dass ich hier in der wunderbaren Halle meine Weltcup-Pferde fahren darf. Letztes Jahr hatte ich noch nicht diese Weltcup-Pferde für die ganze Spitze oder die große Spitze. Da war ich mich jetzt ganz perfekt ausgereift. Jetzt habe ich sie in der Sommersaison so ein bisschen zusammengestellt, die Pferde. Und es waren schon erfolgreiche Ponys im Einsperlersport, die jetzt übers Maßen ausgeschossen sind. Die sind jetzt einfach zu großen Ponys, also sind es Großpferde. Und die zwei passen super zusammen. Die laufen vorne drauf, die zwei klein. Und für den Weltcup auch nie die klein. Und dann bin ich jetzt mal einfach so ein bisschen sehen, wie das läuft. Und dann war es schon sehr gut. Da habe ich schon eine Prüfung gewonnen. Bei der anderen Prüfung war ich das Fünfter. Da waren sie ein bisschen zu temperamentvoll, sagen wir so. Aber ich habe das jetzt alles in den Griff gekriegt. Und jetzt freue ich mich auf die große Halle in Stuttgart, weil das ist ja die Größte, die ich kenne, so international. Und ja, danke schön. Ja, das hört sich alles sehr gut an. Ich möchte noch mal betonen, wir waren ja vor zwei Jahren bei Normal-Ausola und der Inhalt-Borke hat eine Lehrstunde gegeben mit seinem Viererzug. Das ist schon ein ganz anderes Thema, Marco, wie ihr. Nur mit einem PS, er hat vier PS. Dabei große, kleine, nicht so einfache. Es ist eigentlich von unten, es ist immer so leicht aus, es ist aber bewundernswert, wie diese Kutscher, sage ich jetzt bitte, mit ihren Pferden umgehen. Wie sie reagieren, wie sie auf die Stimme reagieren, wie sie auf einen kleinen Pätschenring reagieren. Und auch die Hände, das ist sensationell. Manchmal wirklich verwundern. Es gibt auch mehr Spaß. Mein Name wird ja super dazu passen. Ich habe das auch früher mal probiert, als Kind, aber irgendwie, aber ich mit etwas zuhabe, das habe ich auch mal probiert, in mehreren Züge, aber ich bin dann doch auch nur ein Züge pro Hand. Dann beschränkt. War einfacher. Nebenbei in Riesenbeck, war ja die Züge. Dann ist der ehemaliger Chef mit mir mitgefahren. Ich habe dann mal die Line überreicht und dann habe ich mir gar kein Problem, einfach rechts und links ziehen. Dann habe ich die vordere Pferde ein bisschen weicher geschnallt, weil es ja noch Kecke-Parcours und Züge-Runde war. Und ja, von Runde zu Runde, die Musik dann wurde ein Ärger und dann dachte ich mir auch, jetzt muss ich da eh greifen, weil so nachts dann wird es mal ein bisschen zu schnell hier. Aber es hat er gut gemeistert und war gut. Der kann nicht nur Auto fahren, der kann reiben, der kann auch viel mit Zug fahren, der kann im Prinzip alles. Das muss man wirklich sagen. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, wir lassen Sie jetzt zu Wort kommen. Ich möchte vielleicht, ganz kurz noch einmal drauf reingehen. Wir haben ja das BW-Bank-Halm-Championat seit vielen, vielen Jahren. Das ist das Aushängeschild in Baden-Württemberg, das von der BW-Bank initiiert wurde, sprich von der Landesschildkasse initiiert wurde, dann nachher von der BW-Bank übernommen wurde. Und das ist eine Serie, die uns wirklich sehr, sehr stolz macht, Herr Schütz, das würden Sie wirklich weitergeben. Und man sieht auch, wenn Sie jetzt diese Namensliste hier durchgehen, das sind die Top-Rei-Ausbaden-Württemberg, die sich für diesen Kapp qualifiziert haben, die mit einem Riesenengagement und die Qualifikation von Ihren Teilnehmern. Das ist ein sehr positives Signal und hat eine ganz, ganz tolle Außenwirkung. Hierfür ganz herzlichen Dank. Sie, meine Damen und Herren, mit Ihren Partnern, Marco Kutscher, der dann natürlich Ihnen zur Verfügung steht und dann irgendwie ein Taxi besorgt, dass er nach Doha fahren oder fliegen kann. Das ist doch fliegen. Welches Pferd geht in Doha? In Doha sind Van Gogh und Balermo und die sind auch erstmal weiter geplant, auch in Duttgart. Ganz einfach zu erklären, wenn die Pferde und wenn die Kienen und wir sind ja relativ oft unterwegs, ist Doha der kürzeste Flug, also die kürzeste Reise und wir sind Samstag an Nacht schon fertig. Die Pferde sind montags morgens wieder zurück und ich habe das letztes Jahr auch so gemacht mit Liberty Sun. Den habe ich in Doha geritten und der ist auch in Stuttgart gegangen. Dann nur eine kleine Prüfung und dann den Weltkampf, das hat sehr gut funktioniert. Die Bedingungen, weil es halt nicht wirklich Stuttgart nicht wirklich einen Hallencharakter hat, der doch recht groß ist und ist die Umstellung noch nicht so groß und die Pferde haben jetzt ein paar Wochen Pause vorher gehabt, sodass wir das jetzt erstmal nur geplant haben, aber es setzt natürlich voraus, dass die Pferde gut zurückkommen, wie wir sich gut anfühlen. Ich habe Gott sei Dank noch ein, zwei andere Alternativen und die können dann auch theoretisch auch noch Dienstleistungen tauschen. Welche weiteren Weltkampfstanz haben? Die Woche drauf nach Madrid, da wird dann die Studie Chacorina gehen, die jetzt letzte Woche in Corona war und dann war es das erstmal für mich. Jetzt mit der ersten Planung des Bundestrainers, ich bin ja nicht doch Tent, ich kann mir das nicht aussuchen, aber ich bin nierig möchte, das heißt, der Bundestrainer benennt einen. Er versucht natürlich so viele Reiter, die mögliche in den Weltkampf reinzubringen, hat sich da vor der Saison einen Plan gemacht und ich war jetzt halt für Verona, Stuttgart und Madrid vorgesehen. Sie können sich ja mit einem weiteren Sieg beim großen Preis Anfang Dezember in Paris einen zusätzlichen Bonus von einer halben Million Euro sichern. Inwiefern motiviert Sie das im Moment und beeinflusst auch möglicherweise Ihr aktuelles Training von jetzt? Ja gut, das war natürlich vorher, in Paris hatte ich vorhin natürlich auch einen Plan gehabt, dann ist das im Endeffekt ganz gut geglückt. Aber er hat nicht wirklich den Plan verändert, weil das Pferd so oder so bis Weihnachten noch drei bis vier Turniere gegangen wäre und er wird jetzt in Doha gehen, dann in Stuttgart und dann wieder in Paris. Also eine Woche Pause dazwischen. Klar, es ist natürlich ein Ansporn, aber ich bin ja jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei und so ein Jackpot wie zum Beispiel Scott Brech, wie der das jetzt geschafft hat, wenn das gelungen ist, das kommt ganz, ganz selten vor und von daher setzt sich da keinerlei in den Stüren raus. Entscheidend ist es aber in Sprengrein und schwer ins Team zu kommen, es ist ja also seit Jahren nicht schon die ähnliche Besetzung. Wie siehst du deine Chancen für die Olympischen Spielen kommenden Jahr? Man muss einfach nur gut genug sein, dann kriegt man auch seine Chance. Wie gesagt, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, letztes Jahr oder dieses Jahr in Aachen war das überhaupt gar keine Frage. Jetzt hat sich die Situation so ein bisschen geändert, dadurch, dass Van Gogh an den letzten Monaten unheimlich gut gesprungen ist und auch auf unterschiedlichen Plätzen, egal ob es dann im Rasen oder Sand war, oder klein oder groß, ist er sehr gut und beständig gesprungen hat die letzten Monate. Und das lässt jetzt natürlich hoffen, wenn das dann nächstes Jahr ähnlich klappt, dann besteht auch sicherlich eine Chance, bei den Fünfen dabei zu sein. Aber es ist mir schon bewusst, dass das sehr, sehr schwer sein wird. Und ich muss natürlich dann auch immer noch besser sein, wie die bereits bewährten Paare. Wieso Van Gogh deckt der auch? Ja, er ist ein Deckhengst. Holländischer Besitzer, Hans Horn, ist der Besitzer des Stahls, ist wahrscheinlich auch einigen bekannt, im Moment noch italienischer Bundestrainer, führt den Stahl aber nicht mehr selber, das macht mittlerweile seinen Sohn. Ich habe von der Familie schon zu Lüttgers Zeiten Hängste gehabt zum Reiten und Van Gogh ist mir zur Verfügung gestellt worden, und nach meinem Wechsel war erst mehr oder weniger zweiter Drittpferd und hat sich dann durch die Auswahl von Connors Pistallo im Sommer unheimlich gut entwickelt, hat seine Chance bekommen, sie auch absolut genutzt, hat mich selber selber rapscht, aber ich bin froh, dass die Situation so ist. Weitere Fragen? Ja. Sie haben vom Breitstärk gesprochen. Wo geht denn die Reise hin? Wird er eines Tages nur noch im Ausland reiten und irgendwie ein Wochenendhaus in Florida haben? Oder weiß ich nicht. Und dann ist Stuttgart schöne Vergangenheit und dann erschien andere Turniere sowieso. Auf so einem Haus in Florida habe ich nichts gegen. Aber gut, das kann ja auch anders sein. Kann auch auch anders sein. Aber es ist ja schon so, dass wir meistens im Ausland unterwegs sind, nicht weil die Turniere in Deutschland so schlecht sind, sondern weil es natürlich auch, wir auch nach dem Preisgeld gucken müssen, ganz klar. Ich bin ein selbstständiger Unternehmer, muss die Rechnung auch jeden Monat bezahlen. Der Turnierstall ist sehr, sehr kostenaufwendig und muss natürlich dann gucken, wenn ich die Chance bekomme, auf einem Turnier zu starten, wo es das doppelt oder das dreifache gibt, dann kann das, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass man die Chance auch nutzt und dann nicht im eigenen Land an den Start geht. Es ist schade, wo ich damals bei Ludger anfing zu reiten, auf internationalen Tirol, da war es noch umgekehrt. Da waren die meisten hochgetierten Turniere in Deutschland. Das ist aber seit Jahren schon nicht mehr der Fall. Da müssen wir versuchen, mit allen Mitteln da irgendwie dran zu bleiben, dass wir den Ansatz nicht verlieren und nicht auch noch mehr Turniere verlieren. Das ist sicherlich schwer. Da kann man aber leicht und klug reden als Reiter. Ich weiß sicher nicht, dass es für die meisten Veranstalter unheimlich schwer geworden ist, in den letzten Jahren überhaupt noch Sponsoren zu akquirieren. Viele Turniere sind ja auch ausgefallen. Da fände gerade Nova 1 zum Beispiel, das ein super Turnier war, auch toll angenommen von den Zuschauern. Aber trotzdem in einer auch starken industriellen Region wie Nova hat es nicht ausgereicht, um das Turnier am Leben zu erhalten. Und da muss man sich sicherlich Gedanken machen. Bitte. Arbeitest du in Lütka noch auf irgendeine Art zusammen oder gibt es da gar keine Zusammenarbeit? Bei einem fändetechnischen Moment gerade nicht. Liberty Sun ist zugegangen. Ich darf mal mitgehalten. Philipp Weiß hat am Wochenende in München das erste Mal geritten. Aber ansonsten telefonieren wir nicht täglich, aber wenigstens zwei, drei Mal die Woche, wenn wir uns dann nicht auf dem Turnier selber sehen. Das Interesse aneinander ist nach wie vor sehr, sehr groß. Er guckt sich an, wie ich reite, ich gucke, was er macht. Also da ist nicht nur so eine Beziehung, auch eine Freundschaft. Und das macht mich natürlich auch sehr froh und stolz, dass das überhaupt alles so auch über die Bühne gegangen ist. Ich meine, wenn man so lange in so einem Stadt arbeitet, den Stadt dann irgendwann verlässt, das nimmt ja eigentlich nicht unbedingt jeder Chef auch ganz locker. Von daher bin ich sehr froh, dass wir die Trennung, wenn man dann von Trennung sprengen kann, dass das so schön und fair über die Bühne gegangen ist. Frage an Michael Brauchle. Wie schätzt du denn deine Chancen ein? In Frankfurt ist er einer der zwei, der als Nicht-Europäer in Aachen gar nicht am Start war, nämlich Beut Echsel. Ja, da müssen wir jetzt abstrichen machen. Weltcup und Freiland ist ein bisschen was anderes. Die Weltcup-Saison, die ist alles ein bisschen auf mehr Speed, mehr Tempo, einfach nur mehr Schnelligkeit ausgelegt. Die Freiland-Saison ist ja schon ein bisschen technischer. Die Weltcup-Fahrer, die hier in Stuttgart kommen, zum Beispiel wie Beut im Eisbrand, die haben schon eine sehr, sehr große Routine. So im Gegensatz zu uns deutschen Fahrern. Georg und ich da auf jeden Fall, wir werden schon gucken, dass wir gut mitmischen, wir haben auch die holländischen Tremiere bestritten und das hat sich schon positiv ausgewirkt. Und hier mit dem Rheinland-Buhn wird es schon ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt auch noch ein holländisches Turnier oder Wettkampf mitgenommen und der hat sich dann schon sehr schwierig durch. Der Rheinland-Buhn hat jetzt ein Pferd von Georg aufgeliehen für den Weltcup, dass das jetzt ein bisschen runter vonstatten geht. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir den Weltcup zu dritt als Team, das deutsches Team, ein bisschen intensiver ausgewirkt. Er geht ja noch mal mit dem Bundestrainer auf die Hand, Saison. Mit dem Bundestrainer hat es eher nicht, er kann da jetzt nicht ganz so die Meinung mit uns teilen, weil wir müssen ja selber auf uns ein bisschen mehr gucken. Er hilft schon mit, das ist ganz klar, aber er macht nur das Ordentliche, Thomas. Und noch eine Frage, hast du einen Sponsor? Ich habe einen Sponsor, das ist mein Papa, als Hauptsponsor. Ja, ansonsten muss ich leider passen. Nein. Aber ich hätte es gerne einen, oder? Ich hätte gerne einen, aber so einen Sponsor zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Also natürlich die Pferdesponsoren, die mir das ein oder andere Pferd zur Verfügung stelle. Das ist mir auch eine Sponsor. Marco, Sie hatten ja einen eigenen Turnierstall, da müssen Sie ja gucken, dass Geld reinkommt. Sprich, der Druck, Preisgelder zu erreichen, ist ja noch viel stärker, als wenn Sie irgendwo angestellt sind. Wie kommt es mit dem Druck klar? Moment, ganz gut. Das letzte Jahr war das beste Jahr in meiner Sportkarriere. Nicht, weil ich jetzt unbedingt viel mehr gewonnen habe. Ganz einfach, weil das Preisgelder auch gestiegen ist in den letzten Jahren. Und dieses Jahr drei, fünf Sterne große Preise gewonnen und man hat alle recht gut dotiert. Das ist dann schon mal gut. Das ist, wie gesagt, überrascht mich selber, aber klar, es ist da ein Druck dahinter, wenn man selbstständig ist. Und deswegen, ja auch die Erklärung, weshalb man dann auch schon mal den Weg ins Ausland wählt und nicht im eigenen Teil. Herr Kröhl, was sagen Sie, wenn Sie das hören? Also wir beschäftigen uns ja auch schon seit Jahren mit uns. Das ist jetzt nicht häufig. Und es gibt tatsächlich in Deutschland das eine oder andere Touristen, das es nicht mehr gibt. Das ist gerade traurig, aber andererseits muss man auch sehen, dass eben der Reichsport international ist. Also das ist eben nicht nur Deutschland, sondern es gibt eben auch ein paar andere Länder, andere Kontinente, die im Reich stattfinden, erfolgreich stattfinden. Wir haben über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweg einen großen Vorteil gehabt. Wir haben Partnerkontinuität. Neben mir sitzt der Partner der ersten Stunde praktisch. Also die BW-Bank damals in Walzlande Schirurgkasse war an Anfang an dabei. Mercedes war im zweiten Jahr dabei und ist treu geblieben im Turnier. Wir haben mit der Firma Walder den dritten großen Partner, jetzt mittlerweile auch schon im fünften Jahr. Also das sind eben Kontinuitäten, die wir auch in den Prüfungen drin haben. Wenn Sie die einzelnen Drückungen anschauen, dann stellen Sie auch wieder fest, ups, da hat sich eigentlich nicht viel Neues getan. Das ist aber gegenteils super positiv. Das sind die Säulen auch, die wir aufbauen können, auch die wir aufbauen. Und wir haben das Turnier ja auch über die Jahre hinweg immer noch ein Stückchen weiterentwickelt, auch was das Preisgeld angeht. Aber, was wir nicht gemacht haben, wir haben sicherlich nicht den großen Rundumschlag gemacht, dass wir jetzt das Preisgeld innerhalb kürzester Zeit doppelt hätten. Das werden wir auch nicht tun, das können wir nicht tun, das können wir auch mit dem Partner nicht tun, das wollen wir auch nicht tun, sondern wir wollen eben hier mit der Kontinuität, mit der wir über die Jahre hinweg gut gefahren sind, auch in Zukunft bearbeiten. Und da sind wir sicher, dass das auch der Richtige ist. Es ist ganz klar, dass wir nicht mehr so aktuell in den Preisgeldern sind, aber wenn man diese Teilnehmerliste durchliest, dann muss ich sagen, wir haben alle Titelträger, wir haben den aktuellen Olympiasieger, wir haben den aktuellen Weltmeister, wir haben den aktuellen Europameister, wir haben den aktuellen Weltcup-Sieger und jetzt Riders of the Year, das ist ja nun eine Dame, die ist ja auch bei uns stark. Also das ist sicher nicht so schnell. Ich bin gut, es geht ja um die Frage, wo stehen wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren, weil der Marco hat in Los Angeles gewonnen, da gibt es so viel Preisgeld, wie die ganze Dotierung vom großen Preis des Rückgangs. Ja, natürlich. Also, das sieht schon aus, nochmal. Man muss ja trotzdem, ich bin ja auch hier. Ja, ja, gut. Und das hat natürlich auch damit zu tun, ob ich einen Weltcup-Tournier-Weltcup-Status habe oder nicht. Nach wie vor ist der Weltcup in der Heilen-Saison eigentlich das Ziel für die meisten Reiter. Ich will das jetzt nicht schönreden, aber wir müssen natürlich schon darauf achten, dass wir auf dem Standort so ein bisschen bleiben und uns angleichen. Aber es gibt natürlich auch im Verlauf der Weltcup-Saison andere Turniere, die eine ähnliche Dotierung haben. Es gibt sicherlich welche mit mehr, aber auch einige von denen die gleiche Dotierung haben. Man muss dann vielleicht nur überlegen, was mit den anderen Prüfungen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Qualifikation für das Master sehe, den Schwierigkeitsgrad der Prüfung im Verhältnis zum Preisgeld, das passt dann hier und da vielleicht nicht ganz zusammen. Den großen Preis jetzt, das finde ich absolut okay. Jetzt muss ja nicht immer alles nur auf einem Spreng ausgekragen werden, aber sicherlich ist da Anführungsbedarf in den einen oder anderen Sprengen das Turnier. Man muss da vielleicht noch etwas erklären und das wird mir Herr Markus auch bestätigen. Wir haben ein Turnier, das eine gewisse Balance hat durch viele Prüfungen und der Finger zeigt, Herr Wink, mit einer Qualifikation für das Master für die schwierige Qualifikation ist sicherlich richtig. Trotzdem wissen wir ja, dass bei anderen großen Turnieren das gesamte Geld, was vorhanden ist, in den großen Preis hineingesetzt wird und die restlichen Prüfungen sind nicht so optimal dotiert. Das bedeutet aber für die Akteure, dass sie ihre Pferde mitnehmen, trainieren können und dann sich entscheiden können, welches Pferd reich in großen Preis und auf den Moment hin das richtige Pferd gesetzt. Das ist ein Stück auch ein bisschen anders. Wir haben ja immerhin auch vier oder fünf Prüfungen, für die es Weltraumlistenbunde gibt. Das ist ja für die Reiter ebenso wichtig wie nur der Sieg oder die gute Platzierung im großen Preis. Das müssen wir beachten und wir können eigentlich nur hier in Stuttgart mit unserer Gesamtorganisation, mit der Halle, mit dem, was wir in Stuttgart bieten, der Mark Kutscher schon gesagt, mit der Abreitemöglichkeit, mit der Größe der Halle und mit dem äußeren Erscheinungsbild, da hat zwar der Leiter nichts davon, aber unsere Zuschauer haben etwas davon, denn so weit was du, die muss eben auch viele andere Turniere kritisieren, wo du jetzt hinfliegst. Und ich würde sagen, 2.000 Zuschauer ist das Optimale oder das Maximale. Das ist aber hoch eingeschätzt. Und ich bin ein freundlicher Mensch. Und das sind 60.000. Und was wollen wir erreichen, dass wir Menschen gewinnen, die unseren Sport lieben, die uns unterstützen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Akteure, die guten Leute. Hier in Stuttgart und auch die besseren Turniere. Das ist ein Handlingeinstieg. Absolut. Das ist schon ein Riesenunterschied, ob ich da jetzt in Doha von der Atmosphäre her, wenn du das jetzt mit zwei Spielgladen nennst, ist es natürlich ganz was anderes. Da reit man natürlich hier in Stuttgart, oder im eigenen Land, vor vollem Haus, eine Prüfung. Das ist überhaupt keine Frage. Darum geht es ja jetzt in diesem Fall auch nicht. Jeder Veranstalter muss ja dann auch für sich gucken. Was habe ich für Möglichkeiten? Wie sieht es in der Region aus? Da gibt es unterschiedliche Interessen. Die Interessen in Doha oder in dem Land, da gibt es sicherlich ganz andere Möglichkeiten, als die es bei uns gibt. Das ist uns schon klar. Aber wie gesagt, deswegen machen wir auch weiter. Das bedeutet einfach, noch mehr Pferde, um noch mehr auf mehr Hochzeiten tanzen zu können, wenn es nicht Terminüberschreitungen gibt. Ja, gut, da muss ja jeder Reiter für sich selber wissen. Im Moment bin ich, wie gesagt, sehr gut aufgestellt, dass ich das machen kann. Das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Das ist mir auch bewusst. Ich bin auch schon lange genug dabei. Und da muss man auch für sich entscheiden, ob man das überhaupt machen will, jede Woche losfahren. Jeroen Dürbler hat einen ganz anderen Plan. Das bringt er so auf den Punkt. Das hat Jeroen für sich so entschieden. Aber ist auch unter uns Kollegen auch einer der wenigen, die es so machen. Hat Erfolg damit, absolut. und der möchte auch nicht jede Woche los. Mir macht so ein Mensch Spaß. Und wenn ich immer mal den Tag erreiche, wo ich sage, jetzt habe ich die Schnauze voll und wenn ich mir jede Woche Mittwoch schon das Haus verlassen und Sonntags nachts oder Montags morgens wieder zurückkomme, dann werde ich das ändern. Im Moment habe ich Spaß daran in meinem Leben und schon seit mehreren Jahren. Jeroen macht es anders. Das kann man für sich entscheiden und ich will entscheiden auch. Ja, besten Dank. Von Ihnen noch Fragen an die beiden Herren? Andere Fragen sind natürlich auch zum Turnier, zu anderen Prüfungen, zu anderen Themen rund ums Turnier. Zum Beispiel, wenn Herr Paule ihr mit dem Götten-Stahl-Gedöten zurechtkommt, der Arme. Bitte? Also 45.000 Tickets sind wir sehr verkauft, 60.000 gibt es maximal. Nein, das ist nicht ganz richtig. Wir haben neun Veranstaltungsabschnitte insgesamt und wir haben eine Kapazität von rund 8.000. Also es würde theoretisch 72.000 geben. Wobei wir da natürlich auch den Freitag und den Donnerstag morgen genauso wie auch den Mittwoch Mittag mit drin haben und die Bereiche werden wir in absehbarer Zeit nicht ausverkaufen können. Also da sind wir sicher. Das ist eben so. Wir haben auch eine ganz normale Arbeitszeit und wir haben eine ganz normale Schulwoche zu verzeichnen. Also wir haben keine Ferienzeit. Insofern ist alles, 50.000 ist sehr gut. Wir hatten in den letzten Jahren eben zwei Veranstaltungsabschnitte mehr und deswegen auch locker über die 60.000 erreicht. Das wird jetzt natürlich noch ein wesentlich höherer Anspruch werden, wenn wir zwei Abschnitte weniger haben, weit über die 50.000 zu kommen. Aber so wie es tendenziell aussieht, sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir über die in den hohen 50ern landen werden. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann möchte ich mich bei Ihnen natürlich ganz herzlichen Dank vielleicht noch individuelle Fragen zu den beiden Akteuren an Ihnen gewünscht. Ich würde das Wort zurückgeben an den Herrn Kohl und an den Herrn Schütz. Wir freuen uns, wie wir hier sind auf nächste Woche. Ich darf uns alle miteinander anstrengen. Das versprechen wir Ihnen, dass wir ein sehr, sehr gutes Turnier abhalten können. Zurückkommen, Herr Kohl. Ich denke, das war die Entscheidung mit unserem weniger Veranstaltungsabschnitt. Und das macht die Sache insgesamt entspannter, aber auch noch interessanter für den einzelnen Gast, der zu uns kommt. Er hat einen Mehrwert von dieser Umstrukturierung der Veranstaltungsabschnitte. Wir hatten ja früher immer auch ein bisschen Kritik bekommen. Wir haben gar keine Zeit und können wandeln, können shoppen, weil die Halle geräumt wird von dem einen Veranstaltungsabschnitt zum anderen. Das ist heute nicht mehr so. Und ich denke, damit kommen wir auch den Gästen sehr, sehr entgegen. Danke sehr, Herr Kohl und Herr Schütz. Ja, von meiner Seite aus gibt es tatsächlich noch noch das, was Herr Rixinger gerade gesagt hat. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir sind ja auch jetzt im Endeffekt im Start in die vierte Dekade praktisch mit dem 31. German Masters vor 30 Jahren begonnen mit dem ersten. Also wirklich eine unglaubliche Zeit auch. Und dass man da mit Kleinigkeiten noch anpasst, dass man auch darüber dazulernkt. Und das, was man da gelernt hat, dann auch entsprechend umsetzt. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Das wussten wir, dass wir das machen werden. Wir haben uns lange die Köpfe drüber zerbrochen. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch wirklich so hinbekommen, dass es vor allem Mehrwert für die Besucher gibt. Das ist das Entscheidende. Und dass unsere Besucher zufrieden sind und dann eben auch in Zukunft bei uns bleiben. Das ist die Kontinuität, die wir uns vorstellen. Und das sind wir auch wieder auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg natürlich auch ganz wichtig in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Sponsoren. Und da möchte ich jetzt noch mal ganz herzlich bedanken, Herr Präsident. Das Wort zum Finale. Ja, also bleibt mir nicht mehr viel übrig, als dem Turnier natürlich alles Gute zu wünschen und gutes Gelingen zu wünschen. Nicht bei meinen Gästen hier auf dem Podium zu bedanken, nicht bei Ihnen zu bedanken, sondern letztendlich noch zu einem Imbiss einzuladen. Genießen Sie das schöne Wetter auf unserer Terrasse und den schönen Dick und vielen Dank für Ihr Kommen und wir haben eine Gelegenheit, raus zu reden mit mir. Danke sehr. Vielen Dank.